Willkommen zu einer weiteren Roomtour von Kast Immobilien International. Heute sind wir in einer meiner Lieblingsregionen im Südosten Kretas, nur 5 bis 10 Gehminuten von einem wunderschönen Sandstrand mit einer sehr idyllischen Taverne entfernt. Aufgrund der leichten Hanglage beginnt die Tour direkt hier im 1. OG und wir können die Tour starten. Das idyllische Apartment ist unterteilt in Wohn- und Schlafzimmer mit einem Badezimmer. Von beiden Räumen, Schlaf- und Wohnbereich haben wir Zugang zu einem Balkon. Die helle und freundliche Einbauküche ist direkt im Wohnbereich integriert. Der kleine Ferienort Macri-Gerlos ist etwa 10 Minuten entfernt mit seinen vielen Cafés, Restaurants, Tavernen und Einkaufsmöglichkeiten. Vom Flurbereich zur rechten das Badezimmer mit Badewanne und Fenster und das Schlafzimmer mit Klimaanlage und Zugang zum Balkon zur Rückseite des Hauses. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020